In diesem Video dreht sich alles um den GGT, den größten gemeinsamen Teiler. Und nach dem Video könnt ihr den ganz einfach herausfinden. Viel Spaß! Was ist denn der größte gemeinsame Teiler? Naja, man kann eine Zahl ja meistens durch mehrere Zahlen ohne Rest teilen. Die 8 zum Beispiel, die kann man durch die 1, die 2, die 4 und die 8 ohne Rest teilen. 8 durch 1 sind 8, 8 durch 2 sind 4, 8 durch 4 sind 2 und 8 durch 8 sind 1. Die Menge aller Zahlen, durch die man eine Zahl ohne Rest teilen kann, nennt man Teilermenge. Und beim größten gemeinsamen Teiler schaut man sich jetzt noch eine weitere Zahl mit ihren Teilern an, zum Beispiel die 12. Man kann die durch 1, 2, 3, 4, 6 und 12 ohne Rest teilen. Was wir beim größten gemeinsamen Teiler jetzt wissen wollen, ist, was ist der größte Teiler, durch den beide Zahlen hier teilbar sind. Dazu schauen wir in die Klammern und markieren uns, welche Zahlen in beiden Klammern vorkommen. Das sind 1, 2 und 4, weil sowohl 8 als auch 12 durch 1, 2 und 4 teilbar sind. Und die größte von den Zahlen ist jetzt unser größter gemeinsamer Teiler, also die 4. Noch ein Beispiel. Was ist der größte gemeinsame Teiler von 15 und 21? Zuerst schauen wir, durch welche Zahlen die 15 und durch welche Zahlen die 21 ohne Rest teilbar sind. 15 ist durch 1, 3, 5 und 15 teilbar. Und 21 durch 1, 3, 7 und 21. Dann schaut ihr, welche Teiler bei beiden Zahlen vorkommen. Das sind nur die 1 und die 3. Und der größte davon, also die 3, ist der größte gemeinsame Teiler. Hier nochmal das Vorgehen auf einen Blick. Beim größten gemeinsamen Teiler schaut ihr, was der größte Teiler von 2 Zahlen ist, durch den beide teilbar sind. Um den herauszufinden, schreibt ihr zuerst die Teilermengen beider Zahlen auf. Dann sucht ihr alle Zahlen, die in beiden Teilermengen vorkommen. Und die größte von den Zahlen ist der GGT. Schaut mal im Beispielvideo vorbei, da rechnen wir noch mehr und auch noch schwierigere Beispiele mit euch. Wenn euch dieses Video weitergeholfen hat, dann würden wir uns echt über ein Like und ein Abo von euch freuen. Und wenn ihr auf der Suche nach guter Nachhilfe in Mathe seid, dann schaut auf jeden Fall mal auf unsere Website, da findet ihr welche. Wir sehen uns dann im Beispielvideo. Macht's gut!